Von durch wahrscheinlich Und Schult, maybe Nicht? Nicht, eh Schön, Alex Gib den Headshot euch an, ich glaube, es geht los Wies Bei Mitte Wo ist denn der Cheater? Boah, Alter Ich glaube, mit dem Flash rein, der ist schon drin Ja, ich hab's gesehen Das war veraimt, aber auch komplett, ne? Das ist so geil, ne? Oh So zum Beispiel Tschüss Geh, ne? Hallo, Team Soll ich mal den auf langen Richt zerbersten, Danny? Nochmal Der ist ja gar nicht Nee, ich guck Alter Tschüss So ein Versteckspieler Schwein Tschüss Egal Ich hab ja gesagt, soll Alex etwa zerbersten Digga, was er mir gibt, warum denn? Ich war voll krass Einer low Alex Feuer Am Holz Digga, wie er am Schwitzen ist Und los Einer wieder low, ne? Jungs, ne? Ich sag ehrlich, die haben richtig Die haben richtig Die haben richtig Den Dauer, glaube ich Moin Ich weiß nicht, was du meinst Moin Dandy Was spielst du denn für eine schlechte Waffe? Ja Ja, was der mir da für ein Ding drückt Weil er wieder in der größten Idioten-Ecke sitzt, Mann Da muss ich Arschloch ficken Da muss ich Arschloch ficken Ist halt einfach so Das wird gekippt Da kommt der einfach reingerannt, ne? Toll Das ist so nervig, Mann Ich bin richtig salzig gerade Musst du machen, was du gemacht werden musst, ne? Ja Warum haben wir noch mal für D-Map gevotet? Let's move Ich kann zu viel hier, ehrlich Cool Können alle so krass im Seitwärtsrennen drücken, ne? Verrückt Der rennt schon wieder Alter Alter Ich sehe nicht Ich sehe nicht Da ist eine lange Tür, Leute Watch out Das ist es Der letzte ist der andere Wo war's? Ich weiß auch nicht, Mann Ich kauf jetzt auch nix Der Regulier ist da Ich geh jetzt einfach weg in weniger zur Zeit Und Reicht jetzt hier, ne? Irgendwie, was ich mir ja einschenken muss Das war's Beide? Ja Guck mal, der ist jetzt Das war's Das war's Das war's Hallo Hier Ich hätte nicht spielen sollen Ich hätte nicht spielen sollen den ganzen Tag nur dead by daylight meine Finger machen sonst was Ich versuch die ganze Zeit zu 316 und so'n Scheiß Aber so wie ein dbd nicht wie ein cs Aber so wie ein dbd, nicht wie ein cs Das war's Danke Ich krieg hier Alles zu schön, ey Oh ja, Digga, natürlich Scheiße Hauptsache die Leinen hatten perfekt für mich, Digga Und dann läuft der zur Seite und gibt mir einen Tapp Was ist denn das hier? Achso Digga, was pre-fired er denn jetzt so verrückt? Was ist denn das hier? Bis zum nächsten Mal